Hiho und willkommen zurück, meine lieben Freunde der Zaubererzunft, zu Battlemages. Ja, wir sind irgendwo in den Bergen, aber nicht bei den sieben Zwergen, die Zwerge suchen wir eigentlich. In Wirklichkeit sind wir bei den sieben Goblins, oder so ähnlich, ja. Ja, und ja, ich warte eigentlich gerade darauf, ich bin so frech nochmal, dass diese Stadt hier einen Trupp Arbeiter losschickt, die dann von der Höhle da oben überfallen werden, damit wir eine Quest kriegen, die Höhle zu säubern, dass wir da nochmal Gold und Erfahrungspunkte verkriegen. Bei der Zwischenzeit, lass mich mal das Stil, Inventar meiner Jungs durchsuchen, Profi-Sperr-Goblins. Also die Profi-Sperr-Goblins sind die hier. Wir gehen! Und ja, da können wir eigentlich mal gucken. Also sammelt hier erstmal das Gold, das Holz ein. So, jetzt hätten wir ein bisschen Holz, was wir verkaufen könnten an die Goblin-Stadt. Gut! Ja, und die beiden Trupps müssten wir dann noch leveln, theoretisch. Im Augenblick leveln wir magische Fähigkeiten bei unserem... Magier, also bei uns selber. Tja, ich bin eigentlich echt gewillt, diesen Trupp aufzugeben. Aber die vier zusätzlichen Fernkämpfer sind doch nicht schlecht zu haben. Aha. Sind schon so gut wie da. Aha. Und ja, scheinbar haben die Goblins keine Lust, jemanden zu schicken. Oh, Nahrung. Aha. Die müssen wir da übersehen haben. Also ich glaube, die Goblins schicken gerade ihre Leute in andere Richtungen. Könnte man so meinen. Gut. Das heißt, wir säubern einfach die Höhle. Gucken wir mal kurz. Sie bräuchten zwar Steine, aber sie bräuchten auch Nahrung. Deswegen gehen sie gerade wahrscheinlich irgendwo hin, Nahrung holen. An dem Ball Steine. Da würden auch noch Steine rumliegen, neben dem Teleporter. Jedenfalls halte ich das für den Teleporter. Ja, und da kommen die Goblins mit Nahrung an. Und ja, ich könnte theoretisch unsere Nahrung nachher den Goblins verkaufen, wenn ich hier oben fertig bin. So. Euer Wälder ist mein Befehl. Stärker! Es sind genug Kugeln für alle da. Okay, das eine ist keine Nahrung. Ich habe das in Steine. Aus dem Weg! Dies ist ein guter Ort zum Halten. Los geht's! So, da kommen große Höhlenmonster. Gut. Seid bloß ruhig. Los geht's! An zerbrechende Waffen! Feuer! Jawohl! Beere in die Schlacht! Beere in die Schlacht! So gut, Level-Obs. Euer Wunsch ist mein Befehl! Euer Wunsch ist mein Befehl! Das habt ihr echt erwartet, was? So, noch ein. Ab weg. Ungeachtet aller Hindernisse! So, ihr seid die, die die Ressourcen mit sich rumschleppen. Gut! Also nehmt ihr mal das Gold und die Ressourcen da drüben. Und dann gehen wir mal gucken, wo uns der Teleporter hinbringt. Oh, da sind nochmal Steinchen. Wir gehen! Schneller! Höher! Stärker! Wir gehen! Ich bin hier! Das ist nicht genug Treibstoff! Hier! Wir gehen! Wir gehen! Wir gehen! So steinig ihr und steinig ihr. Ungeachtet aller Hindernisse! Euer Wunsch ist mein Befehl! Wir gehen! Es gibt nicht genug Treibstoff! Es gibt nicht genug Treibstoff! So, das heißt, wieder zurück marschieren zum Dorf der Goblins oder zur Stadt der Goblins, wie man es nennen möchte. Dort unseren Goblin nachproduzieren. So, unseren einen Trupp wieder auffrischen. Ja, und dann sehen wir weiter. Dies ist ein guter Ort zum Halten! Äh, sind da alle Truppen? Oh! Euer Wunsch ist mein Befehl! Jawohl! Gehen wir mal in die Stadt rein. Schneller! Höher! Starker! Jawohl! Manchmal habe ich echt keine Ahnung, warum das Leben nicht mehr weiter steigt. Ah doch, jetzt steigt es wieder. Ich kann auch einfach mal heilen, aber das bringt nicht viel. Nur kein Aufsehen erregen. Jawohl! Dies ist ein guter Ort zum Halten! Dies ist ein guter Ort zum Halten! So, jetzt gucken wir uns mal den Teleporter hier an. Aus dem Weg! Ich sollte wirklich erst hier unten die magische Quelle mir holen, weil ich muss ja, glaube ich, drei Stück finden. So, ich hoffe, ihr werdet nicht gleich wegteleportiert. Gut! Wir gehen! Wir gehen! Nein! Gut! Oh! Es gibt nicht genug Treibstoff! Dies ist ein guter Ort zum Halten! Oh! Dies ist ein guter Ort zum Halten! Direkt an die nächste Energie... Energie-Magie-Quelle. Oh, und das ist ein Teil des Artefakts. Euer Wunsch ist mein Befehl! Schneller! Höher! Stärker! Ungeachtet aller Hindernisse! Euer Wunsch ist mein Befehl! Dies ist ein guter Ort zum Halten! Okay, auch wenn wir... Dies ist ein guter Ort zum Halten! ... jetzt das Teil eigentlich hätten. Ich hole es erstmal noch nicht. Ich will abwarten. Es gibt nicht genug Treibstoff! Aus dem Weg! Aus dem Weg! Hier liegt jede Menge Gold rum. Und ja, die Krypta können wir vernichten. Aus dem Weg! Los geht's! Stadt Rudermir. Äh, welche war das? Nee, da drüben. Ungeachtet aller Hindernisse! Jawohl! Aus dem Weg! Es gibt nicht genug Treibstoff! Es gibt nicht genug Treibstoff! Also gut, was braucht Rudermir von mir? Einfach mal hingehen und gucken. Hier hinter Rudermir ist übrigens auch ein Teleporter. Okay, die ersten Skelette sind down. Los geht's! Meinkriegern ist nicht viel passiert. Dies ist ein guter Ort zum Halten! Dies ist ein guter Ort zum Halten! Aus dem Weg! Höhle der dunklen Mächte! Riecht hier irgendetwas verbrannt? Und? Keine Riecht hier! Keine Riecht hier! Keine Riecht hier! Keine Riecht hier! So, das war die Kriekerhöhle. Euer Wunsch ist mein Befehl! Noch mehr Gold für uns. Und da liegt auch noch mal Gold. Das hier ist ein Ork-Lager, glaube ich. Das heißt, wir gehen hier drüben rum. Da können wir auch gleich die Kirche da drüben mitnehmen. Also gehen hier rum, nehmen die Kirche, nehmen das Ork-Lager, nehmen hier die Krypta, gehen dann halt hier runter zur Quelle. Das geht, da möchte ich aber halt noch. Haben erst mal. So. Lager der grünen Banditen. Ich bin vom Berserkamp bewohnt, ja. Es gibt nicht genug Treibstoff. Wie gesagt, erst mal hier die... Ach, da sind schon wieder... schwarze Krieger. Ja, noch eine Behausung der Dunkelheit, okay. 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 Genau, hau auf den Panzer drauf. Der hält am meisten aus. Los geht's! Dies ist ein guter Ort zum Halten. Dies ist ein guter Ort vom Halten. Aber es ist gut, dass mein Panzer so viel aushält. Und jetzt verwarte ich meinen Panzer mal ein bisschen in einen noch böseren Patzer. Mit dem Ding nämlich. Plus 100 Magie.